habe ich immer die wände das war was machen sie da dann wirkt er den noch irgendwie rein der eine wir haben wir eben schon der grobe scheiße ach man und einfach achten der kommt ein bisschen fies Ab ihn. Mist. Digga drum weg. Sorry. Bisschen zu früh gesprungen. Ja. Komm, egal. Wir haben ja so ein Spd-Mausstuhl gedreht. Die kriegen wir noch. Danke, Thomas. Ja. Schön, aber. Ich hab mal einen Sprung dazu, ey. Bibi, irgendwo dazwischen so, oh. Ich hab den wirklich nur Bibi mal berührt, ne? Ja, 30 km baut oder so. Mist. Verpasst. Alter. Jetzt bin ich hier aber gemufft, ey. Wir sollten so was zu mir geben können. Ja, nicht. Nee, nee, nee. Ich hab den voll erwischt. Ich hab den voll erwischt. Ja, ja, ja. Sehr schön. Da hab ich keine Vorlage bekommen, dass er scheiße. Weil auch der kam von mir. Annen die, die liegt ja zu. Mit 50 km mal. Ich hab die Linie. Oh, wen hab ich da jetzt weggeschoben? Kann sein, dass er mich aber echt was. Ich hab da wie einer von hinten mitbekommen. Ja, das war ich. Ich wollte eigentlich den Ball erwischen. Alles gut. Ist ja schon aufgefasst. Ich hab das Ding nicht über die Linie gedrückt. Ach, nein, ey. Der hätte drinnen sein müssen. Das war eigentlich eine ultimative Vorlage. Oh, der könnte das schön. Der könnte gehen. Bam, Junge. Schön, der undreise. Schön, der Fernschuss. Schön, der Fernschuss. Schön, der Fernschuss. 94 km. Spiel gedreht. Aber der hätte vorher schon sitzen müssen. Oh, der war Pfosten, ne? Meiner, oder was? Ja, grad eben, jetzt, ja. Okay, ich hab mich geguckt, dass ich... Ich hab's auch. Da kann ich sogar nicht vom Winkel, was ich jetzt wollte. Ach, schade, ich dachte, der geht vorbei. Ja, der war gut, Markus, der war gut. Der kam nur, glaube ich, wir müssen uns zu sehr drücken. Oh, scheiße. Der hat ja, der hat ja fast noch rausgeholt, ne? Der hat den, glaube ich, ja, der hat den, glaube ich, auch so bekommen, dass der den fast noch rausgedrückt hat. Ja, hier. Ja, schade, der hätte drin sein müssen. Nein, dein Ball hätte voll drin sein müssen. Komm. Nein, scheiße. Nein. Wir beide schon wieder. Nein, 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 nein. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Wau, 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 wau. Wau, 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 wau. Boah, hab ich dir noch gerettet, ey. Ja, ja, boah. ich krieg dir doch mal reingelegt vielleicht kriegt jemand vor ich reingedrückt nein ich bin ja sie hat ihn nochmal berührt scheiße 30 sekunden bekommen ja 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 das war auch wieder gekommen sehr geil sehr sehr geil aber ein spiel das ist so da lieber so spiel als wenn du so ein 10 0 hast oder so ja noch ein tor ich hab dir doch mit meiner vorlage ich hab dir doch mal berührt kurz vorm ende die sind schon rausgegangen wieder die anderen also auf einem drei mann von denen sind raus die fakten sich schon gerade ab dass im franzosen aber schon wieder außer mit talent und torschütze ich bin abräume ich habe wieder eine glanzparade gekriegt eigentlich haben wir wieder zwei nur hinten gelegen wieder so ein ding gedreht ja das zweite das dritte mal jetzt vier tore gemacht und eine parade ich glaube die grobe hier habe ich auch schon gespielt ja sie haben wir eben schon gehabt als 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 gegner der ist aber raus ja der ist raus die anderen sind direkt nach dem land auf dem fünften tor sind die anderen auch nach dem vierten ist die anderen auch alle gegangen da hat er hatte eigentlich doch ein hatte noch beleidigt schlechte weil der der spd von dda zwei stück von gemacht zwei eigentore französische französische französisch das richtig pc user da wir mit vierte aneinander gewonnen also nein nicht ganz erwischt ich bin doch hin mit einer von euch richtig keine ja wenn ich nicht gerammt werden so bestellt nicht hier dann würde ich auch nicht nicht und ich damit schön gemacht baby schön da weg ja aber nur wir beide ich bin doch berührt weg da wer geht da vorne nein nein bin dran vorbeigesprungen hat gesehen das war eine gute vorlage oder krieg was nicht gebacken das war kuss da ein hat schon keinen boogen oder den bus noch zu fahren aber selber muss ich sie muss hier alles alleine macht die beiden her die ball nach vorne bringen das heißt da hat er heißt nichts ich habe das wirkliche kann ich kann ja machen schon wieder daran gehindert worden ich habe gerade keinen der parade gekriegt der muss erstmal nach vorne drück mal dreieck dann hast du die kamera direkt auf den ball ja ich kann aber mit dem kann damit aber nicht spielen die ausgespielt damit gerade besser als mit ohne spiel war ohne ich sehe vor mir mir war da auch nur angehaucht 2 0 nein der war aber auch im günstigen winkel erwischt ja ja schon aber auch kein am tor von uns sagen ich habe das würde ich einfach mit dieser ballkamera scheiße ich war noch dran ja du wolltest gerade hin da kam der andere ich habe die parade noch bekommen ich habe den aber nicht ich glaube ich habe dir noch entscheiden abgeht doch abgelenkt verdammt ja das ist ja schön schön aufgehalten nein der ist gott sei dank nicht drin ich habe eigentlich darauf gewartet der reingeht dieses geräumt ja ich bin wieder gerammt worden da konnte ich nichts machen ich wollte weg bringen ich kann auch nicht mehr hoch weil er so schnell war kommt leute ich ging ja der koffeinlose egal kommt immer noch hin es gibt immer noch das spiel hier aufgefasst also ist so was ich dachte das ist markus sollte mal die grünen ramm und ich die blauen meinst die orangenen schade schade ja ich hab dir nicht ganz erwischt ich konnte den arsch doch irgendwie reinstellen in den ball 2 0 ist keine gute kein gutes oben schade noch 50 gefolge können wir mal wieder auf den sack ja aber im vergleich zu dem 50 am anfang ja stimmt wo ja mittlerweile sind wir drin aber echt abwechslungsreicher spieler drin haben ja das ist ein blöd angestellt muss man sagen in dem spiel